Wenn wir jetzt bei TUI und Karstadt und Lufthansa sagen, denen wird unbedingt geholfen und die sind dann aber auch ganz schön groß, da geht dann also auch gleich richtig viel Geld rein, das sind Milliarden. Glauben Sie denn da, dass der Steuerzahler das irgendwann wieder sieht? Wenn er es nicht wieder sieht, dann haben wir was falsch gemacht. Wenn er es nicht wieder sieht, dann haben wir was falsch gemacht.